Herzlich willkommen zu unserem Zeitsplitter Offline war gestern. Im Rahmen des Projektes Offline war gestern haben wir uns heute zum ersten Mal mit der App Stadtland Datenfluss beschäftigt. In diesem Zusammenhang haben wir auch noch einmal wiederholt, wo wir Apps finden, die wir installieren möchten, zum Beispiel App Store, Google Play, wie wir sie dort suchen und installieren und auf dem Gerät starten. Die App Stadtland Datenfluss ist eine Entwicklung des Deutschen Volkshochschulverbandes. Sie fördert auf kurzweilige Art und Weise die Daten und Digitalkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer. Einen Link zu der entsprechenden Webseite des DVV findet ihr in der Beschreibung zum Video. Zuerst haben wir die App gemeinsam erkundet. Die Bedienoberfläche sieht aus wie ein Stadtplan. Bereiche, die wir anklicken und bespielen können, sind farblich markiert. Die Teilnehmenden haben anschließend selbstständig verschiedene Bereiche erkundet. Um den Aufbau der App näher kennenzulernen, haben wir dann noch gemeinsam die Lernanheit Sporterfolg mit digitalem Helfer bearbeitet. Nach einem Input zum Thema, der üblicherweise aus kurzen Videos, Dialogen oder Texten besteht, folgt ein Aufgabenblock, der automatisch von der App korrigiert und kommentiert wird. Zum Schluss gibt es eine Zusammenfassung zum Thema. Wichtige Begriffe sind mit einem Glossar, das ebenfalls zur App gehört, verlinkt. Auch anspruchsvollere Themen werden in der App angesprochen, zum Beispiel die Interpretation von Daten und Grafiken. In Kürze gibt es den nächsten Zeitsplitter zu unserem Projekt Offline war gestern. Bis dahin alles Gute und bis bald!